Oh, die hier ist. Ich schaue es ja eigentlich auch schon ganz gut, aber es ist halt auch Einzelschuss. Ja, aber ist eigentlich ganz gut, ich ziele ganz gerne. Bist du bereit? Okay, dann, go! Wow, das war ja... Okay, und, los! Auch nicht ganz, und, go! Oh, shit! Get down! You piece of shit! You're a dead man! Alter... Ist ja gut! Ist ja gut gezielt, auf jeden Fall. Scheiße, die haben da eine... Die haben da eine Lücke zum Durchschießen. Ein bisschen was machen? Ich glaube, so treffen wir die, glaube ich, nicht. Wir müssen irgendwie... Oh Gott, ich bin halt tot. Können wir hier durch? Nee. Wir rennen einfach wie Ass Rambo durch. Ähm... Und dich jetzt. Aber wie Rambo durch, weißt du? Die ganze Zeit interessiert sich keinen Menschen, ob ich hier rumballer. Und jetzt? Spätestens jetzt. Oh, scheiße! Boah, das war... Ah, einer muss ja den Feuerschutz geben, und der andere rennt durch. Kann das sein? Das kann sein, da hast du aber die bessere Waffe dafür. Okay. Ähm... Okay. Geh vor. Okay, ich darf mal ganz kurz nach. Warte, warte, warte. Ach so. Ich kann irgendwas werfen, warte. Okay, du schmeißt den Kanister, ich schieß drauf. Wirf einfach. Okay, ich werfe jetzt. Ja, ja. Das ist das denn für ein stabiler Kanister gewesen, oh Gott. Junge, was war das denn? Die leben, glaube ich, nicht mehr. Nee. Wir wollen ja leise rein, ne? Wir wollten ja rein, wir wollten ja rein staufen eigentlich. Eigentlich, hm? Eigentlich. Eigentlich. Aber das Thema hat sich erledigt. Boah, guck mal an, wie die hier liegen. Wir hatten keinen schönen Tod. Naja. Das haben die sich bestimmt auch anders vorgestellt. Die sind jetzt offiziell gefeuert. Ja. Hey, I need a hand over. Bin schon da. HW, wenn du's noch nicht weiß sind darf. Wenn ich der gewesen wäre, wäre ich schon längst weg. Das war doch hier mit den Scheiß. Ja, genau. Oh, ist ja gut, Leute. Ach so, ich bin der, oh. Ich dachte, ich hab's doch vorher auch schon irgendwie vergessen. Mal. Ich dachte, ich bin Spieler 1. Ich schleiche mal vor, ich flankier die. Hm. Jetzt haben die mich noch nicht bemerkt. Und Kopf weg. Boah, da kommen noch einige. Einige Scheiße. Schönen Swimming Pool hast du hier. Mal rot werden. Der hört sich aber ganz schön viel aus mit der Show könnte hier. Zack. Ich erledige den oben gerade, wenn er mal umfallen würde. Gott, ich habe alle. Ich hab alle. Ja. Da kommt noch einer. Ein Swimming Pool. Ja. Alter, ich hab den Rücken geschossen. Dann müsste sie eigentlich tot sein. Ist er? Ja. Ja, ist sowas von tot. Oh, die hat's nicht gut hingelegt. Warte, ich seh ihn nicht. Ey, bei mir sieht er anders aus. Ist bei dir an der Wand, oder was? Ja. Bei mir liegt er am Boden. Ach, hier. So liegt er bei mir da. Ja, bei mir liegt er hier an der Wand. Das ist ja voll lustig. Das ist wahrscheinlich irgendwie nicht synchron halt. Ja, aber... Nicht 100 Prozent. Kannst du gegen diese wunderschöne Statua? Alles zerstören, was habe ich gehört. Kann ich, können wir schwimmen? Ah, komm. Wird doch cool jetzt. Erstmal alle umbringen und dann hier in Ruhe schwimmen gehen. Hier ist immer ein Punkt, da weißt du, was heißt. Wo? Ja, wo ich schwimmen. Ach, hier. Vielleicht... ...müssen wir... ...noch irgendwo anders lang gehen. Und wir müssen zu zweit. Nee, von da sind wir doch gekommen, oder? Ey, ja. Das auch stimmt. Aber warum? Da hat das Spiel mal wieder... Oder haben wir in Aktion übersehen? Das ist das Spiel, denke ich, das soll ich nochmal... Ich hab viele Reinflaschen, Jaman. Ja, die sind aus... ...nem Glas. Äh, Panzerglas. Hier unten warst du ja schon. Hier hast du schon ein paar auseinandergenommen. Mhm, dann kann man jetzt mal hier hin. Ja. 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 Das ist jetzt bestimmt cool. Mr. Motion. Das wär richtig geil. Okay. 3, 2, 1, go. Ready? Let's go. Mr. Motion. You think you're just coming to my fucking house? You think you're just coming to my fucking house? Yeah! What the fuck is this? Lauf bei dir, Junge! We gotta get closer, come on! Wenn ich's dich besser wüsste, würde ich sagen, er will uns umbringen. Leo, get down! Ist ja... Der will uns wirklich umbringen. Hä? Oh, ich verkackesieses, meine. Wäre nicht schlecht. Oh, ist ja auch gut, Junge. Oh, Alter. Man, das ist die Schrotz, finde ich wirklich nicht die beste... ...Fall gewesen, Jaman. Aber wenn sie näher kommen... ...wenn sie näher kommen, sind sie jetzt los. Boah! Oh, pass kurz auf, ich glaub eine Granate und das war's. Ja, aber ich schleiche mich hier vor ein bisschen. Boah! Okay, ich höch vor, ich höch vor. Oh, ah! Ich weiß gar nicht, wie weit ich dann vorwirken darf, ohne... ...da... Ja, er steht immer noch da hinten, wo wir vorhin waren. Oben sind auch welche. Okay, 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 ich bin noch ein Stück weit davor. Oh, 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 ist das zu viel? Oh, das ist so tot. Oberen, geh dich einfach nicht down. Gibt's doch nicht, wie hält denn der aus? Ich hab' jetzt locker schon zwei Magazine reingeholt. Er ist tot oben. Nein, da ist noch einer, auf deiner Seite. Ah, okay. Okay, irgendwas nur noch einmal schließen. Pass auf, der hat doch nicht geschossen. Der rennt die Treppe runter. Ach, das ist wieder zu den anderen. Oh, oh, alter! Oh, fuck, fuck, fuck! Oh, oh, oh! Ja, oh! Junge, Junge, Junge! Down! Ist ja nicht ganz dicht. Geh' mal hier runter. Wir kann er theoretisch gar nicht treffen. Wo ist er? Weiß es nicht! Nehmst du die linke Treppe, dann nehm ich die andere. Okay. Wo ist er? Da oben. Jetzt haben wir den Drecksack. Oder auch nicht. Nee, oder? Müssen wir ihn doch gleich haben. Ja, theoretisch schon. Nicht mehr über das gedacht. Think about it. Slide it over. Was meinst du? Du oder ich? Mach du mal, weil deine Geschichte ist interessanter. Bei mir weißt du ja schon, wieso ich hinter mir her bin. Ich glaube, bei dir ist es interessanter. Okay. Guck mal. Derben soll er auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage ist nur, wie. Vielleicht so wie bei dem einen. Foltern. Mit dem Bügeleisen. Shut the fuck up. One more word from you and I'll put a bullet in your face. Wait, wait, wait. Leo. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Come on. Get up. Go. 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 Das ist bestimmt eine Falle. Der hat da irgendwas drin. Oder so ein Sprengstoff. Hm, das glaube ich jetzt nicht. Eine Knarre auf jeden Fall. Der hat zwei davon. Ja, ich hab's so gewusst. Let him go, Harvey. Put the fucking gun down. Okay, ich kann mich bewegen. Kannst du ihn vielleicht treffen. Ja, ja, nein, nein. Warte, ich kann hier stoßen. Stoßen kann ich ihn hier irgendwo. So lässt er mich denn überhaupt so durch den Freiraum und mich bewegen. Auch komisch. Warte, ich stoße ihn jetzt. Ja, okay. Ich bin voll die Wange. In den Hals aus dem Geschossen. Feuer! Bam, bam! Oh, oh, oh. Schönen Zeitruf erledigt. Ne, Mann, du Pisser! Ist ja ganz voller Blut. Da hat er die falschen Spielchen gespielt. Was? Es geht doch weiter? Verstärkung. Den Diamanten nehmen wir nicht mit, oder was? Den haben wir doch schon, oder? Er hat ihn doch am Boden fallen lassen. Ich dachte, ich hab's nicht gedacht. Oh, gut. Oh. Leo, get on the bike! Oh, ja, wir fahren bei der Motorrad auch nicht, was geil ist. Bitte. Das ist cool. Ist noch schön die fette Verboten, Sörg. Übung. Du musst ja kurz niesen. Äh, ja. Ah. Okay. Okay. Shit. W- Oh, W ist Befördinger, S ist Grenzen. Okay. Und A, D ist weg. Nein, ich bin jetzt schon ein paar Mal in der Bühne. Also, ich weiß nicht. Einmal Offroad, bitte. Oh. Oh, Alter. Ich bin... Boah. Hat man wirklich rüber gesprungen. Oh, Gott. Oh, Gott. Wo fahre ich denn da mit lang? Oh, Gott. Ich fahre, ob ich immer gescheiße. Alter, ich bin so scheiße in Autofahren, ne? Ah, ja. Es geht bei mir. Ich bin da nicht so schön. Ich hab, äh, gestern The Crew gezockt. Was hast du gestern gesagt? The Crew 2. Ach, ich verstehe dich gar nicht. Okay. Alter, wie ich hier angeschossen werde. Shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, nein. Das ist doch voll auf Niederbringung. Ja, ich seh's. Oh, ich hab keine Idee. Ah, hallo. Ich fahr hier hier lang. Echt, ja? Hahaha. Oh, scheiße. Das ist ja mal geil. Aber die geben auch nicht auf. Diese Schweine. Deren Boss ist tot. Keiner bis heute mehr und sie wollen Boss in Maratha haben. Oh, das ist ja so ein toller Boss, dass sie... Oh, das ist ja so ein toller Boss, dass sie... Oh, das ist ja der Eko-Stift in Maratha ist ein Urlaubsfaktor. Oh, ey. Ich bin nämlich ohne vieles Schlag geschafft. Oh, auf. Was? Hä, was? Oh, was? Okay. Oh, boah, ich werde übelst angeschossen. Oh, boah, oh, boah. Ich bin nicht gleich, wenn der Typ gestern wird, oder? Okay. Bin ich wohl nicht. Boah. Ja, genau. Ja, klar. Das ist schon cool. Das ist eine schöne Zeitlupe wieder. Aber jetzt dürfte es doch normalerweise keiner mehr hinter uns her sein. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin wieder gegen irgendetwas gefahren. Looks like they've stopped the shooting. They must be up to something. Keep going. Oh, okay, gerade gegen einen Klein gefahren. Oh, oh. Oh, Alter, kommen jetzt schon mit Raketen. These guys have a like you. Alter. Junge. Junge. Alter, schwebe. Oh, oh. Scheiße, du steckst fest, ne? Leo. Ich bin jetzt da. Leo, äh, Vincent, äh. Komm, steig raus. Jep. Jetzt bin ich der Fahrger. Ah, ich bin der Schütze. Ich darf's ballern. Erledige sich, jetzt bin ich wegzweck. I don't know, we're shooting them off our backs. Uuuuuhh. Ich bin verdammt nah dran. Yeah, that's what I'm talking about. Gut gemacht. Danke. Und wo? Ah, von da. Als Flugzeug, wer müssen zum Flugzeug? Oh, Alter. Oh, Alter. Glückwunsch da hinten? Ja, sehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, das ist Flugzeug. Ich bin gleich dran. Wo ist es? Ah, da ist das Flugzeug. Gleich voran. Ah, ja, ich seh's. Nein, scheiße. Wie komm ich aufs Flugzeug? Ach, von der Seite, oder? Da ist, äh. Nein. Okay, okay, jetzt. Nein. Ah, shit. Ah, das ist doch scheiße. Okay. Noch mal. Ich weiß nicht, gerade dran gefahren, wenn du nicht in die Gebiete bist. Äh, der hat mich. Ich weiß nicht. Komisch. Na ja, auf ein neues. Komm, ich will mich ganz gerne da hinten drehen. Wir fahren hier ran jetzt. Ach so, ich hätte was drücken müssen. Ich hätte auch nicht das durchschauen können. Okay, ich komme. Komm. Komm. Ich hab dich. Weg da. Ich hätte was drücken müssen. Das hab ich aber auch nicht gesehen. Das war knapp. Du okay? Ja, ich bin gut. Hey, Emily, great flying. You guys are crazy. Vincent, you're going to have to pay me triple for this. You got it. Vincent, you're not going to hear me say this often, but thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm going to write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right, then.